Wir sind hier bei Novak Gabelstapler in Eschweiler bei Aachen. Wir verkaufen seit 16 Jahren Gabelstapler und seit einem Jahr Stapler der Marke EP, weil wir hier die neueste Batterietechnik haben, die Lithiumtechnik, und damit dem Kunden einen leistungsstarken Stapler mit einer Top-Batterie zu einem günstigen Preis anbieten können. Die Lithiumtechnik ist eine neue Technik, Plug & Play, wie ein Handyakku zu bedienen. Das heißt, ich kann laden, wenn ich Bedarf habe, früher die Technik, Bleitechnik, musste halt bestimmte Zyklen einhalten, dass man acht bis neun Stunden Ladezeiten hat. Das fällt mit der neuen Technik weg. Die komplette Pflege der Batterie ist nicht mehr vorhanden. EP ist aus meiner Sicht, seitdem wir EP haben, ist noch nicht so lange, aber ein sehr gutes Produkt. Der Stapler ist gut zu bedienen und wenn man da halt die Haube öffnet oder das Bodenblech rausnimmt, sieht das alles sehr ordentlich verarbeitet aus. Und das ist schon mal der erste Eindruck, ist halt sehr positiv. Für uns als Techniker, der hat das den Vorteil, wir sind in der Fehlersuche flott, wir haben fehlerhafte Bauteile schnell gewechselt und das Gerät ist wieder beim Kunden schnell im Einsatz. Leistungsmäßig sind die Geräte definitiv auf dem Punkt, wo sie mit allen anderen Marken mithalten können. Sie fahren, sie heben, einwandfrei. Ja, Novak Gabelstapler ist jetzt seit über einem Jahr Partner von EP in Deutschland und es ist wirklich eine Freude für uns, dass wir gemeinsam in dieser Zeit die Zimion-Technologie nach vorne gebracht haben, an den Endkunden gebracht haben und wirklich jedem zugänglich gemacht haben. Eine so innovative Technologie mit so einem guten Partner hier in der Region abdecken zu können, das freut uns wirklich sehr. Also wenn wir mit dem EP-Produkt in Deutschland arbeiten, sehen wir für die Zukunft, für die Leute, die mit EP arbeiten wollen, eine Kostenersparnis von circa 50 Prozent. Nicht nur bei der Anschaffung der Fahrzeuge, sondern auch die Folgekosten, Service, Wartung, Reparaturen, so dass wir da ein Gesamtpackage bieten können, wo die Leute wirklich sparen können bei der gleichen Leistung. Das ist ein Gesamtpackage bieten, das ist ein Gesamtpackage bieten.